Hallo und herzlich willkommen zu Jump League. Heute mit einer Challenge. Ich muss da mal kurz mein Handy wieder anmachen, gut. Denn wir müssen vor jeder Kiste fragen, ob wir die öffnen dürfen. Und Denise guckt vorher auch nicht rein, was da drin ist. Du kannst nur öffnen, wenn die es erlaubt. Mein Gott, er ist ein Reflect davon. Oh Gott, das ist schon mal... Ich habe auf jeden Fall neue Parts, die ich noch nicht kenne. Ja, das ist ein Mattenstein. Oder Cupcake. So, magische Miesbücher, darf ich die erste Kiste öffnen? Eines Tages vielleicht. Magische Miesmuschel, darf ich diese Kiste hier öffnen? Theoretisch schon. Ja. Theoretisch heißt aber ne. Doch, mein Gott, ey. So. Das ist schon scheiße, wenn man die erste Kiste nicht bekommen hat, dein Schatz. Nein, habe ich direkt... Bei der ersten Kiste ist es wirklich jetzt kein Problem, ey. Ja, kann doch wann, ne? So. Ich bin mal gespannt, wie viele Kisten die uns jetzt hier öffnen ist. Magische Miesmuschel. Also im Deathmatch... Darf ich dich öffnen? Darf ich dich öffnen? Darf ich die Kiste öffnen? Möglich. Möglich, also ja. Also im Deathmatch machen wir das so, nur wenn da eine Kiste ist, müssen wir fragen, ob wir die dann looten dürfen. Wir machen das nicht bei Spiel, ob wir die töten dürfen, weil das wäre schwachsinnig in dem Modus hier. Weil man hier überhaupt nicht gut abhauen... Oh nein! Magische Miesbücher! Darf ich die Kiste hier öffnen? Frag doch später nochmal nach. Okay, dann komm ich gleich nochmal wieder. Da bin ich überfragt. Ja, geil. Also nein. Nur weil die ja keine Antwort weiß. So. Aber ich habe schon mal ein Schwert. Ich habe auch schon ein Schwert. Und einen Bogen. Magische Miesmuschel. Darf ich diese Kiste hier öffnen, bitte? Gute Entscheidung. Ja, finde ich auch. Darf ich diese Kiste hier öffnen? Yay. Ich habe das nicht gehört. Ja, die hat ja gesagt, mein Gott. So, ich nehme auf jeden Fall alles mit, ne? Wann weiß er nicht, vielleicht muss ich dir ja noch was davon geben. Ich habe noch eine Goldhose gehabt. Ja, ich habe eine Goldhose schon an. Das wusste ich doch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich mag diesen Part hier nicht so. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie gut rauskommen. Also jetzt am Anfang hier, die Kisten sind mir doch eigentlich egal. Ich hoffe einfach nur die Kisten, die so ab den sechsten Modulen oder so kommen, dass wir die öffnen dürfen. So, mag ich Miesmuschel. Darf ich die Kiste öffnen? Alles klar? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ja, sowas von unangebracht. Voll, die hat ja schlechte Laune heute. Ja. Oh mein Gott, nicht weiter. Oh, nicht dieses Modul hier. Magische Liebes. Magische Miesmuschel. Liebes, hm? Liebe magische Miesmuschel. Darf ich diese Kiste hier öffnen? Ja, bitte. Geil! Nichts drin, was ich gebrochen kann. Ich liebe es. Oh ja, geil, ich schaffe diesen Schellsprung nicht, ey. Nein! Was, das ist so ein Drecksmodul, das hier? Ja. Da sind aber auch alle bis jetzt von der Seite. Springen wir ruhig nicht zur Seite, obwohl ich es gedauert habe. Nein, ich hätte das nicht geschafft, als ob ich das nicht geschafft habe. Du hast es halt nicht geschafft. Ich kann die ganze Scheiße nochmal springen. Ja, ich auch. Aber ich habe es geschafft. Was, ging das schon so lange an diesem Modul? Ja, das ist nervig, dieses Leiterding da. Ja. Okay, und dann schaffe ich diesen Schellsprung hier nicht. Ich kann das nochmal neu machen. Oh Gott. So. Ich habe irgendwie voll Hunger. Magische Miesmuschel. Darf ich diese Kiste hier bitte öffnen? Willst du das wirklich wissen? Ja, will ich. Darf ich die öffnen? Lieber nicht. Ist nicht der hier ernst? Oh Mann, ey. So. Aber ich habe das Modul geschafft, so. So. Magische Miesmuschel. Darf ich bitte diese schöne Kiste öffnen? Kein Zweifel. Du hast voll Glück, ne? Ich schwöre. Kein Zweifel heißt nein. Kein Zweifel, das heißt, du bekannst daran. Achso, dann geht es. Die hat keinen Zweifel daran, dass du die öffnen darfst. Ja, bin wieder zurückgelaufen. So. Magische Miesmuschel. Darf ich bitte diese Kiste hier öffnen? Heute nicht. Will ich mich verarschen? Ich habe nur eine Kiste, glaube ich, geöffnet. Ich habe zwei. Ja, schön. Oh Gott, hast du schon den Sprung geschafft? Okay. Oh Gott, ey. Nächstes Modul? Ich bin jetzt schon beim siebten oder achten, glaube ich. Ich bin beim siebten. Und ich habe nur eine Kiste geöffnet. Magische Miesmuschel. Darf ich bitte, bitte, bitte diese Kiste öffnen? Nein. Hör mal, wollt ihr mich verarschen, oder was? Magische Miesmuschel, darf ich die Kiste öffnen? Ja, nicht. Ich bin beim achten Modul. Ich bin ja... Oh Gott, nicht der Part jetzt. Magische Miesmuschel, darf ich diese Kiste hier beim Obama-Haus öffnen? Na, aber hallo? Also, ja. Oh ja, ein Steinschwert. Magische Miesmuschel. Ich würde jetzt gerne diese Kiste hier öffnen. Darf ich das? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Wow, ein Bogen, was du essen, TNT und drei Pfeile. Ja, immerhin, ne? Hast du schon mal einen Bogen und drei Pfeile. Wow. Oh, ich habe den Sprung geschafft. Und ich schieße es mir durch. Alter. Nein. Was ist, ob ich da weitergelaufen bin, ey? Oh, toll. Nicht springen können. Oh, ich hasse dieses Modul hier in diesen Röhren. Oh, ja, ich auch. Kannst du nicht springen können. Das ist so anstrengend. Wo ist hier eine Kiste? Ich glaube, hier ist gar keine Kiste in der Röhre. Doch, doch, doch. Die kommt ganz hinten am Schluss fast. Da ist in der Röhre, wo du reinspringen musst. Ich finde immer noch keine Kiste. Ich bin schon auf den blauen Dingern. Ja, das ist ganz am Schluss fast. So richtig ekelhaft halt noch. So richtig weit laufen muss. Magische Mies-Moschelle, darf ich diese Kiste hier öffnen? Wenn du mich so fragst, lieber nicht. Darf ich dich denn anders fragen? Ja. Nein, ich hatte so einen Scheiß... Liebe Mies-Moschelle, darf ich diese Kiste bitte, 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 bitte öffnen? Diesmal nicht. Alter, ich habe so eine Scheiße nur. Und ich kann dieses Modul hier nicht. Warte, wie weit ich bin. Die Leute denken auch, wir haben die Kiste. Sobald es dann in diesen Prisparin-Scheiße kommt, komme ich dann einfach nicht da drauf. Ach, stimmt, ich habe meinen letzten Part übrigens, ne? Ja, schön. Dann kriege ich vielleicht nur noch eine Kiste. Wenn du Glück hast, kriege ich da drin ein Kleinschwert. Ich hätte gerne Rüstung, ich habe nämlich nur Gold. Ja, das habe ich auch. Ja, okay. Und Einschuhe, das war's. Nein, aber ich hasse dieses Modul. Dieses Drecksteil hier, ey. Ich hasse es, wenn ich nicht springen kann, obwohl ich drücke. Ich sage jetzt schon mal, das wird eine sehr kurze Folge. Also, Gegensatz zu denen immer. Weil ich glaube nicht, dass wir das hier gewinnen werden. Ach, Mann. Außer, guck mal, okay, doch. Guck mal, die anderen sind so weit, wie wir ausgerüstet sind. Ich kann einfach nicht springen, das ist das Geilste. Ich schreibe einfach gerade Ausgangszeit hier. So, ich muss dieses Drecksteil jetzt hier schaffen. Dieser Sprung jetzt hier. Ja, ich habe den geschafft. Oh mein Gott. Mag ich die Miesmuschel? Darf ich diese Kiste hier öffnen? Wenn nicht jetzt, wandern. Oh ja, Steinschwert. Ja, das war es aber auch schon. Alter, ich kann die ganze Zeit nicht springen. Oh mein Gott, ich kann noch eine Kiste kriegen. Ja, ich auch. Die letzte. Oh mein Gott. Ich habe es nicht geschafft. Nein, ich habe es nicht mehr gefallen. Ja, geil. Perfektes Deathmatch ever. Ich habe wenigstens Rüstung. Lass sie öffnen? Oh nein, das konnte ich nicht mehr fragen. Ja, geil. Hinter dir, hinter dir. Kannst du mir noch was geben? Nein, ich habe nichts. Ja, geil. Ich habe alles in meiner Leistung. Und so viele Sachen habe ich. Und sogar noch ein Slot frei. Ich auch. Da vorne. Das Schwierige wird, wir können die Sachen nicht sofort kriegen. Wir müssen die erst dreimal töten. Ich darf es gar nicht essen. Ich esse erst, wenn es wirklich gebrenzt nicht wird. Ich habe schon... Da vorne, da vorne. Oh scheiße, ich bin hier reingefallen. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe einfach nur, dass wir irgendeinen killen können, der bessere Sachen hat. Mal gucken. Komm, geh noch den hier. Wo bist du? Mit dem Wasser. Hab den. Da, da vorne. Der Schweiß. Oh mein Gott. Ich muss wieder Wasser. Hab den. Alter, ich fahre ganz weit ins Wasser. Da oben. Ja, du machst ja eh schon alleine wahrscheinlich. Ich habe einen ungebracht. Ich habe auch einen. Mag ich mich schon? Darf ich die Kiste hier öffnen? Möglich. Ja. Ich bin von hinten abgeschnappt. Mag ich mich schon? Darf ich die Kiste hier öffnen? Ich glaube eher nicht. Ja, geil. Frag du, ob du die hast. Darf ich die öffnen? Was? Darf ich die Kiste öffnen? Das glaubst du doch selbst nicht. Ja, okay. Nein. Geil. Ja, die ist doch eh weg. Oh, da waren Eisensachen drin. Als ob. Nein, die Kette war da drin. Da war ein Eisenhelm drin. Wird da vorher reingeguckt. Okay, wir haben nur noch zwei Leute. Und die sind wo? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, ey. Wie viel Glück hatten wir da gerade, dass wir... Da ist einer drin. Dass wir überhaupt so killen konnten. Darf ich die Kiste öffnen, mag ich mich, Muschel? Oh mein Gott. Ja, ja oder nein? Darf ich die öffnen? Darf ich die öffnen? Alkohol. Ich guck da kurz nur rein, aber... Nein, nicht reingucken. Ja, klar, guck da rein, ey. Wir wissen, was da drin war. Wo ist jetzt der letzte? Der hat noch drei Leben und der ist da hinten. Der hat bestimmt sich ganz da versteckt, ey. Was sonst? Ja, natürlich. Mit der Ausrüstung würde ich mich auch verstecken. Ich hoffe, die ich nicht hingekriegt habe. So, ach, der hat das Spiel verlassen. Okay, okay, dann machen wir 3, 2, 1 und fangen dann an. Ich erst... Warte. Geilstes... Hier steht noch eine Kiste. Mag ich einen Mischungstuhl? Darf ich die Kiste looten? Okay, doch. Ich schaffe den nicht mehr. Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Okay, jetzt 3, 2, 1 und los. Am besten noch so Fragen, darf ich die killen? Dann sagt er so bei dir, nein, bei mir, ja. Und dann darf ich dich umbringen, ohne dass du was machen darfst. Ach man, der ist komisch, ich habe eh verloren, ey. Achso, ob du direkt wieder neben mir bist, ey. Achso, ich scheiß drauf, ey. Die Schuhe machen es möglich. Ja, aber nicht, wenn ich mich überhaupt nicht mehr wieder bewegen kann, ey. Ja. Das liebe ich ja. Mich wundert es gerade, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ja, vor allem hier in Deathmatch, ey. Und das als letztes hier noch. Scheiße. Ja, ich kann mich nicht bewegen wieder. Ich liebe das. Ich kann mich einfach nicht bewegen. Du bewegst dich aber. Also halt die Klappe. Nee. Ja, du hast mich auch bewegt. Dann bewege ich mich. Aber ich selber konnte mich nicht bewegen. Das habe ich hier jedes Mal, wenn ich in Gras hänge. Die backt man immer so schön. Lass mich nicht bewegen. Das war knapp, ne? Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir das bis hierhin schaffen mit dieser Rüstung. Aber die anderen waren auch nicht gut. Die waren halt alle auch scheiße equippt, außer der eine da. Mag ich mir so schnell, hat dir denn diese Folge gefallen? Um Gottes Willen, nein. Mag ich mir so schnell, hat dir die Folge gefallen? Unwahrscheinlich. Okay, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat. Wenn du uns immer eine positive. Hör auf zu merken. Ah, die Klappe. Freuen und was wird bis dann? Und was hast du noch zu sagen, Mag ich mir so schnell? Woher soll ich das wissen? Okay, tschüss. Hast du noch etwas bei mir zu sagen? Theoretisch schon. Was denn? Gute Entscheidung. Tschüss. Es ist eine gute Entscheidung. Diesen Part hier zu liken? Ja, wann immer du willst. Also, ihr wisst Bescheid. Was sagst du, Mag ich mir so schnell? Sollen die Leute den Part liken? Eine weise Wahl. Okay, ihr habt gehört. Bis dann. Tschüss. Ciao.